ja hallo leute zurück zu meinem let's play rola cluster oagusta daigoon 3 ja und ich versuche mir immer noch mit einer achterbahn heute mal aber ich brauche was anderes das ist der park so was ich hier was kaufen kann ja ok hier fälschung auch noch was schönes aber mal gucken nur bärgel hier das ist ja voll lahm ich hasse bärgel immer wenn ich was bauen möchte boah die vocher verarbeitet war echt scheiße heiß so wie noch für ein masse die fahrt war bis zu dem bescheuert im kopf das läuft und wenn er hat das schon noch leute warum mann ich muss es nicht ob hier war was funktioniert so anständig so wie es eigentlich soll weiß ich nicht fege 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 bauen Mh... Ja... So... Soll ich doch gar nicht... Oh, dieses blöde Menü, das will ich doch gar nicht haben... Attraktionen... Soll ich haben... Ja... Mh... Äh... Wenn die denken, dass ich... Dass ich so was komisches da hinbaue... Dann sind sie bei mir gerade richtig... Ähm... Oder auch nicht... Denn ähm... Das brauche ich ja nicht... Ähm... Kinder... Ähm... Aufregenfahrt... Ähm... Ein Riesenhaut habe ich bekommen, wo mich da stehen... Hm... Ja... Martin, du bist ja echt voller Vollidiot... Aber... Aber... Noch gebe ich ja nicht auf... Ich platziere einfach... Ein... Weg... So... Von... Da... Nach... Nach... Da... Und dann... Mach ich... Äh... Warte... Schlange... Mach ich so... Dann mach ich das Scheißding auf... Und ich bin fertig mit... Ach... Also... Kleine Sachen kann ich bauen... Aber ich kriege echt nicht hin... Äh... Mal... Ähm... Riesen... Ähm... Achterbahn kriege ich einfach hin... Bin ich echt zu doof für... Ach... Warum hab ich denn nur ein Auto drauf? Jaja... Äh... Zurück... Mh... Nein... So... Ähm... Jetzt muss ich mal kurz gucken ob ich da was... Dazukaufen kann... Aber... Wen mach ich das denn? So... Ja... und Fahrzeuge und Anzeige der Wagen kann ich auch Auto dazu nehmen ja, kann ich da noch irgendwie noch irgendwie im Fahrzeug noch irgendwie im Fahrzeug einfüllen Boah, geht das etwa nicht? Oh, das ist ja cool ich fühle mich ich fühle mich ha 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 ach, die Verfressung Besucher so ich muss halt einfach durch jetzt mal eine Tollette und so Nein. Nein. Dann noch hier eine Information passieren. Was gibt's noch aus? Volllast. So. Im Betrieb ist die Scheiße. Wartung. Ich drehe mal eine Techniker rein. Sondern, dass die nochmal streikt. Ja, sonst ist die Scheißstange so voll. Das wäre nicht nur so ein Krampferd, um eine Achtbarung zu bauen. Aber, ich will's schaffen. Achterbahn? 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 Ja, ja, ja! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020